Welcher Personenkreis ist denn nun in der preiswerten Pflichtversicherung für Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ich habe am 27. Oktober 2023 ein Video veröffentlicht, in dem ich mal ganz allgemein was zum Thema Krankenpflichtversicherung der Rentner gesagt habe. Ich habe da auch mal ein bisschen was erzählt zum Thema, wie überhaupt die Pflichtversicherung funktioniert, ob es da eine Rangfolge gibt und ich habe mal so ganz allgemein gesagt, wie die Anspruchsvoraussetzungen eigentlich sind, um in diese preiswerte Krankenpflichtversicherung der Rentner zu kommen. Und heute in diesem Video möchte ich Ihnen einfach mal ganz kurz erläutern, welcher Personenkreis überhaupt nur Anspruch in diese, ich sag mal, Aufnahme in dieser preiswerten Pflichtversicherung, in der der Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung hat. Wir sprechen von dieser Krankenpflichtversicherung in der Abkürzung KVDR. Also wenn ich in diesem Video etwas zum Thema Krankenversicherung der Rentner sage, sage ich immer KVDR jetzt für Sie. Also Sie merken sich KVDR. Zu dem Video vom 27.10.2023 setze ich in dieses Video noch einen Link rein, da können Sie sich das gerne auch nochmal angucken. Also meine Damen und Herren, jetzt steigen wir einfach mal ganz kurz ein in die Problematik und dazu habe ich Ihnen schon mal das Gesetz aufgemacht, wo es drin steht. Ich mache das mal ein bisschen größer und zwar haben wir das Sozialgesetzbuch Nr. 5, das fünfte Sozialgesetzbuch. Und das ist das Gesetzbuch über die gesetzliche Krankenversicherung. Und da haben wir einen Paragraphen 5. Der legt fest, wer überhaupt versicherungspflichtig wird in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja und in dem Paragraph 5 Absatz 1 steht drin, versicherungspflichtig sind in der Rangfolge Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind. So und dann geht das weiter bis Nr. 11 und Nr. 11 ist die Krankenpflichtversicherung der Rentner. Gucken wir uns mal an. Also versicherungspflichtig sind Personen, die die Voraussetzung für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte des Zeitraums Mitglied oder nach Paragraph 10 versichert waren. Paragraph 10 Versicherung ist die Familienversicherung. Also ich spreche es mal kurz runter. Anspruch auf die Aufnahme. Also erstmal ganz allgemein. Generell haben alle diejenigen Personen, die a. einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben aus der gesetzlichen Rentenversicherung, diese Rente auch beantragt haben und als weiteres grundsätzlich die neun Zehntelbelegung der zweiten Hälfte erfüllen. Das heißt also in dieser zweiten Hälfte der sogenannten Rahmenfrist, die Rahmenfrist ist also Beginn der Erwerbstätigkeit bis zum Rentenantrag und davon in der zweiten Hälfte müssen sie 90% Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein. Mitglied heißt entweder aufgrund einer Pflichtmitgliedschaft, zweitens aufgrund einer freiwilligen Versicherung oder aber, dass sie nach Paragraph 10 SGB V in der Familienversicherung versichert waren. Das sind sozusagen erstmal die Anspruchsvoraussetzungen per se. Das heißt also, der Personenkreis ist klar umrissen. Es können nur solche Leute in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner kommen, die einen Rentenanspruch haben aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Damit fallen alle anderen Personen heraus, die nur Rentenansprüche haben, zum Beispiel aus einem berufsständischen Versorgungswerk und keine gesetzlichen Ansprüche haben. Die zum Beispiel nur eine private Rentenversicherung bekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Die nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Oder die anderweitige Rentenansprüche haben, wie zum Beispiel eine aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Ja, ein Rentenanspruch. Ein Rentenanspruch aus der gesetzlichen Unfallversicherung zieht nicht die Mitgliedschaft in der KVDR nach sich. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das heißt also alle, das heißt also für sie ist klar, dass sie zum einen den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen müssen. Das kann eine Altersrente sein. Das kann eine Rente wegen Erwerbsminderung sein. Das kann aber auch eine hinterbliebene Rente sein. Ja und da gibt es noch verschiedene andere, sagen wir mal, Ausnahmevorschriften, die nicht dazu führen, dass sie trotzdem sie gesetzliche Rentenansprüche haben, hier in die KVDR aufgenommen werden. Das sind zum Beispiel, wenn man zum Beispiel nur Rentenansprüche herleiten würde, aus einer Sonderversorgung oder Zusatzversorgungssystem der ehemaligen DDR. Darauf würde man keinen Anspruch auf die Aufnahme in die KVDR haben. Wenn das aber zusammenfällt mit gesetzlichen Ansprüchen, ist das natürlich was anderes. So, dann der zweite Hintergrund, den man beachten muss. Sie müssen einen Rentenantrag gestellt haben. Wenn Sie keinen Rentenantrag gestellt haben, können Sie nicht Mitglied in der KVDR werden. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Und die dritte Voraussetzung ist, Sie müssen in der zweiten Hälfte der Rahmenfrist wenigstens 90 Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert gewesen sein. Wenn das alles vorliegt, können Sie in die KVDR aufgenommen werden. Das ist eine Pflichtversicherung. Aber bitte beachten, dazu werde ich dann auch nochmal ein extra besonderes Video drehen, alle die Leute, die über dem 55. Lebensjahr sind und in einer privaten Krankenversicherung versichert sind, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger werden, in die KVDR aufgenommen zu werden. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Jetzt wissen Sie, welcher Personenkreis überhaupt erstmal nur berechtigt ist, in die KVDR zu kommen. Es sind also nicht alle. Und Sie wissen jetzt auch, welche drei Voraussetzungen Sie dazu erfüllen müssen. Ich werde, wie angekündigt schon in dem Video, was wir in der Infobeschreibung nochmal mit reinbringen, schon angekündigt haben, viele Videos, viele Teilvideos zum Thema KVDR noch drehen. Und eines der nächsten Videos wird dann sein, wie sich die Rahmenfrist und die neunzehntel Belegungszeit in der zweiten Hälfte dieser Rahmenfrist überhaupt berechnet. Näheres zum Thema KVDR und Rentenantrag finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel